So, und damit ich wieder ein paar Spiele im Voraus habe, weil ich muss ja morgen Abend wieder arbeiten, von daher ist dann alles in Ordnung, nehme ich noch eins auf und das wäre dann gegen Hannover, gegen den letzten, komischerweise wie auch in der aktuellen Tabelle, in dem realen Leben, okay. So, aber warum keine Musik, habe ich jetzt manuell oder, weiß ich jetzt gar nicht, egal. So, ich bin Garry Farr. So, und direkt mit dem ersten Bulli. Oh, ist das laut. Lautstärke. Menü. Äh, Arena Musik. So, ein bisschen leiser machen. So. Ja, gegen den letzten sollte ich mal gewinnen. Ah, es kann nicht wahr sein, Mann. So. Paulins, lauft da einer. Oder auch nicht. Oh, oh, nein. Ja, ich hab mal den Stor rausgeholt und, äh, Orbeu reingesetzt. Weil der muss ja auch mal ein bisschen spielen, der Orbeu. Kann ja nicht nur der Stor. So, lass mich in Ruhe, du. Nein, 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 nein. So. Alter. Hallo, die sind auf den letzten. Also strengt euch mal ein bisschen an, ja. 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 Soll das denn etwa schon wieder so ein Spiel werden, oder was? Nein, Mann. Könnt ihr auch mal woanders hinspielen. Und da steht der Schiri schon wieder. Mann. Komm, wir gegen den letzten müssen wir doch mal gewinnen. Åh. Äh. Drecksack. Das ist super. Oh, 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 nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. So. Hey, Schiri! Mach mal die Drecksaugen auf! Ach, das gibt's doch nicht! Erste Drittel vorbei und es steht Null zu Null. Gibt's nicht. Und das gegen den letzten Mann. So, und es geht auf ins zweite Drittel. Blöder Ein-Di-Dar! Drecksack! Ich verliere schon wieder jedes Bulli, ey! Das kann doch echt nicht wahr sein! Ganz toll, ey! Und schon wieder ein Bulli verloren! Huch! Nix da! Nein! Nein! Ey, selbst Hannover ist mir zu stark! So! Jetzt mal wieder ein bisschen Ruhe hier reinkriegen! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Boah! Na, ganz toll, ey! Ich verstehe das nicht, warum der Schere nie pfeift, ey! Kann ich nicht nachvollziehen! Na, ganz toll, ey! Und schon wieder Strafe! Ey, was? Hä? Gibt es doch nicht, ey! Ne! Da waren die Strafzeiten bei NHL 0.9, aber wesentlich... äh, realistischer. Ey! Na, wenigstens steht es jetzt beim 4-4 und wenigstens hat Hannover eine Strafe gekriegt. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh Mann! Könnt ihr euch mal entscheiden? AAAAAAH! Das gibt's doch nicht Mann! Komm! Lauf! Erstes Powerplay seit... OOOOH! Das gibt's doch nicht, Mann! Bleibt im Kasten! Loose Puck and he gains control of it. To God! Takes that pass up on the line from down low. Well, that's a blocked shot. Give him one even though he didn't intend to do it. Oh, Backe, Mann! He gets that one right through the middle. Time running out, one more chance up the ice. To Kurtzner. Aaaaah! Der zweite Drittel vorbei. 0-0. In the second period. Dilsildor's focus seems to be coming around here as we are going to head to the third. Way more energy at the end of the second period and watch for that to continue. Tonight is our team poster giveaway. If you find a sticker on the inside cover of your program, go to guest service... ...muss jetzt auf jeden Fall was passieren. ...muss jetzt auf jeden Fall was passieren. Und zwar mit Speed. Nein! Noch nicht dahin! Huch! Huch! Eip! Ooooooh! Gibt's doch echt nicht! Ich seh schon kommen, dass ich gegen den letzten verliere! Seh ich jetzt schon kommen, ey! Und ich hab mal So, jetzt aber los Mane! So, jetzt, komm, 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 komm. Mann! Boah, ey. Was mache ich denn falsch, Mann? Und da ist er drin, doch nicht. Mann, 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 Mann. Und so wieder verloren. Steh mir nicht im Weg rum. So, Basani. Lass mich in Ruhe, ey. Oh. Oh. Nein. Alter, das ist nicht wahr. Mann. Ach, was war das denn? Ja, der war gerade verdammt knapp, ey. Das wäre fast das 1. zu Hannover gewesen. Och, das gibt's doch nicht. Letzte Minute. Läuft der Meiner mit? Nein! Nein! Ach, das gibt's doch nicht. Nein! Nein! Boah! Boah! Ja! Ja! Vier Sekunden vor Ende. Ja! Ja! Alter Schwede! Boah! Boah, jetzt freu ich jetzt mal ein Bier her. Alter Schwede! Alter Schwede! Da waren so knappe Dinger dabei. Vier Sekunden vor Ende doch noch getroffen. Sorry. Ah, jetzt kommt auch wieder Musik. Gut. Und die Kölner kommen zu Gast nach Düsseldorf. Wunderbar. So. Ich werd mir jetzt erst mal ein Bier trinken. Das war jetzt grad zu viel für mich. Vier Sekunden vor Ende. Aber wenigstens drei Punkte. So. Haut rein. Macht einen schönen Tag noch. Habt einen schönen Tag. Wie auch immer. Haltet die Ohren steif. Und bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.